ARD Text im Auftrag von Funk Ich hatte das schon mal So also wir machen Wir probieren das Achievement Ich kann es euch kurz zeigen Wenn er mal laden würde Und zwar Ich gebe euch schnell kacken Nein das tust du nicht Typisch Jan So wir probieren das Black Tie Event Zu zweit Und wir gucken mal was draus wird Das packt ihr schon So Mach mach Jan Ready ready Ist jetzt echt kacken Also wenn jetzt echt kacken ist Oh man Leute ey Aber machen wir hier einen kurzen Schnitt Und sobald dann wieder das geht es weiter So Leute Jetzt geht es weiter Jan ist vom kacken zurück Hat schön abgeschissen Weißt du Wenn ich dran denke Jetzt die Stelle aus South Park Du weißt welche ich meine Oh die WoW Ja die WoW Ja die WoW Ja Mama Schüssel 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 Boah ja Weißt du echt Die Mum von Eric Ist aber auch mit die Geilste Die macht echt jeden Scheiß Von Eric mit Ja auch die Scheiße Die WoW Verstehst du weil die Nein, 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 es zählt ja natürlich nicht mit, also, es zählt nur wenn die, wenn andere Spieler Waffen benutzen, zum Beispiel Sturmgewehr, dann zählt es halt als, äh... Verkackt, aber wenn die jetzt umwandeln benutzen, dann zählt das trotzdem. Ja, das zählt trotzdem. Zählt es auch, wenn du ein Spiele umwandelst? Ja, ich denke schon. Jan, zerchieß das Fenster! Wuuuuh! Noob. Gut, wir müssen jetzt sofort den ersten Moneybeutel losmachen. Der kaputte dürfte im Autohaus sein, oder? Ja. Wollen wir mal versuchen, gleichzeitig, äh, beide Dinger zu finden? Ne, lass die mal. Egal. In dem Trial will ich das lieber nicht, äh, schreien. Ja, passt. Wollen wir mal, wo ist denn jetzt das Geld? Ich hab's ja gefunden, also, den ersten. Ja, wo ist denn der? Ach, da unten jetzt. Ach, geil! Erstmal ist das Auto draufgeklatscht. Ah. Ja, wow, jetzt werde ich noch getasert, danke. Yay! Hier dann recht, oder? Ja, passt. Alter, hast du's dann langsam? Oh, Alter. Ach, Chiro wurde hier getasert, warte. Ich möchte meinen Granatenwerper wieder nutzen. Oh! Shields! Shields! Ja, hätte ich einen, dürfte ich mal einen Granatenwerfer benutzen, weil das nie passiert. Wo werde ich jetzt getasert? Ja, hatte ich, hätte ich einen Granatenwerfer, weil das nie passiert. Ja, ich, jetzt, ja, ist ja gut. Wie will man einen Granatenwerfer benutzen? Mama, Granatwerfer! Das war ein Granatenwerfer, wir haben gerade frisch gehalten. Ich erkläre euch somit zum Mann- und Granatwerfer. Definitiv. Du darfst die Frau jetzt küssen. Ey, du darfst jetzt, ey, du darfst jetzt die Waffe in den Mund stecken und abdrücken. Die Reinigung übernimmt eure Kinder. Ja, ich mach schon. Nee, aber echt jetzt. In Amerika passieren ja so viele Selbstmorde beim Waffenputzen. Das Schlimmste ist, sie die Selbstmorde beim Selfie machen. Hast mitgekriegt, eine Amerikanerin wollte ein Selfie mit sich von einer scharfen Waffe am Kopf machen. Ja. Und dazu kam noch leichte Linken. Ach, nö. Alter, hält der mal sein Maul. Weißt du? Ah, you're so stupid! Boah, wie ich den hasse, ey. Wo bist du? Da. Warte. Boah, ich hab keinen Medkit dabei. Das ist nicht so gut. Ja. Soll ich rausgehen, schnell? Äh. Aber ich geh mal schnell raus, nochmal. Aber jetzt lässt du mich hier allein, oder was? Na, hallelujah. Ja, hallelujah. Oh, ich geh mich jetzt ver- Ja, wenn grad das Shield hier ist. Alter! Der willst du, ich bin gerade kurz vorm Abkratzen. Warte, warte, warte. Halt kurz durch, doch. Röse Sekunde. Ja, ja. Ja, ich bin drin, ey. Du weißt, dat ist Profi-Planung auf höchstem Niveau. Ja, mit dem der Spell nochmal kurz lief, und so, ja, ich brauch das jetzt. Ich wirst du kurz kacken. Ja. Denn, du ge- Ja, ich... Äh... Er ist halt in custody. Er ist halt in custody. Wirst du mich verarschen? das ist ja ein Kackspiel Warum bist du ein Kassel hier? Warum bist du ein Kassel hier? Wir müssen sagen, original haben wir Nur mal so als Frage, warum bist du jetzt ein Kassel hier nochmal? Keine Ahnung Das blöde ist, wir können jetzt sogar wirklich neu sch... Ja, ich bin so... Das blöde ist, ich krieg dich ja nicht mehr raus Weil ich kann ja keine Geisel nehmen Das macht das für dich Ne, mein Ernst, ich kann ja keine Geisel nehmen Wie krieg ich dich dann? Geisel! Runter! Runter! Eine Gleiter, die nicht da umgehen, ne? Ich try's schon Ja, das schafft das schon Das Problem ist eher das Treffen an sich Gut Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hallo Alter Da steht noch einer, Alter, wie die Karnickel sind sie hier, ey Gut, egal, ich krieg das schon Hauptsache, die befreien jetzt nicht den Zivilien, Alter Weil du tötest den Zivilien Alter, wenn ich den tötel, ey, dann kann ich mich aber echt begraben gehen, ey Hörst du auch? Lächeln dir das Gesicht Mama, Schüssel Oh, ihr hört ja das Zeug mal auf Aber echt, Eric Cartman kann man nur feiern Eric Cartman ist der feierbarste Charakter, der ganze Okay Ja Hier ist der Bot rausgelassen Alter, wenn jetzt der Bot rauskommt, Alter Wehe Wehe dem Spiel Ja, Bot kommt raus Nein Raus Oh Boah, zum Glück, Alter Ich hatte jetzt schon wieder, wenn jetzt der Bot raus gewesen wäre, ich hätte ihn geworfen, ne? Over there Okay, obendrauf ist das Ganze, ich höre kurz den auf der Tankstelle Ich glaube, Oliver hat sein Headset weggeworfen Hä, wieso? Nein, weil du gesagt hast, wenn der Bot rausgekommen wäre, hättest du ja, ne? Rage Quit Ja Okay, mit Anlauf Rage Quit Oh Mann, warum macht man nicht direkt das Kaputte? Ja Ich habe ein paar Minuten gehabt, da ich Captain Ferget, da haben wir ein kleines Problem Kannst du schon mal das Kaputte suchen und alles machen? Weil, irgendwann bleibe ich hier und kümmere mich hier drum Ja Cloak hinter dir, Cloak hinter dir, Cloak hinter dir, Cloak hinter dir Ja, Cloak Kriegst du ihn? Ach was Okay Also, was passiert, wenn man die Waffe raushält? Lass es lieber Ich will's Nein, also was passiert, wenn man die Waffe raushält? Also, ohne dass man es geschossen hat Ich will's nicht wissen Weil, da ist der gesamte Traizier von der Rache Ich habe es nicht rausgemacht, weil ich habe meine Waffe kurz ausgewählt Ich glaube, dass du da nicht geschossen hast, passt das Okay, weil das habe ich nicht All Flash Keine Sorge, ich habe die Waffe nicht geschossen Zwinker, zwinker, zwinker Oh, bitte Hast du die jetzt geschossen? Ja, hat das geschossen Wollte ich lügen? Ja Ja, lüge lieber Das macht einen Rage-Quid Ist echt so Nein Hast du jetzt ernsthaft geschossen? Nein Okay Ein kleiner Spaß, ja Nein, hör auf Alter, der Gegner kommt erstmal in mich rein, gerade nur mich dann zu schlagen, ey Vor allem, General McBaddis hat vier Leute gebraucht und Akimbo-Waffen, damit er das durchzieht Vergleicht doch nicht alles mit General McBaddis Ja, General McBaddis ist eine Icone, Alter Ja, als ob ich traden will, damit ich meine blöde KI wieder rausholen kann, vergiss es Wenn dir mal so gut wird wie Peatsmeet, dann feierst du Inwiefern meinst du gut, gut im Payday? Äh, das ist, das ist eine Beleidigung Nein, ich meine allgemein Peatsmeet, der YouTube-Kanal, ne? Ja, ja, ich weiß schon Ja, gut wie Payday Alter Das ist jetzt scheiße Payday, also Peatsmeet, also Peatsmeet ist richtig scheiße Ja, die haben zwar gespielt, aber hast du gesehen, wie die spielen? Ähm, wenn Hardy dabei wäre, dann wird erstmal den Jay killen, 100 Pro Kein Abwerfer, ganz sicher Ja Ja, aber Hardy ist ja ausgetreten Ja Finde ich persönlich sogar schade Also ohne Hardy, ich persönlich gucke auch Peatsmeet jetzt nicht mehr Ich hab ja nix gegen Peatsmeet, aber das spielt echt bei Payday mega scheiße Hier fehlt noch Viel schlimmer als, äh, ne? General McBatters Alter, General McBatters spielt nicht scheiße Das war ja auch ironisch gemeint Ironisch, was weiß man bei dir ironisch Ey, Taser Okay, gut, make things easier Ohhhh, Sniper, du Arsch Ja, ich bin tot Wo? Hier unten Sniper? Sniper down Gut, warte Uah Nicht runterspringen, danke Ich try my best So, als warten wir Ich würd sagen, wir warten jetzt erstmal hier unten, bis es safe ist Ich plant mal ganz kurz, äh, Ammo back für uns beide Gönn dir Bravo Bravo Ich find's schön, wie der das sagt Bravo 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 Alter Ich hab keine Ahnung, ist das, äh, äh, Englisch oder... Das weiß ich grad gar Ne, das war nicht der... Wer hat denn das? Das war irgendwie im General McBatters Video Irgendwie meinte der eine Südafrikaner Aber ich dachte eigentlich Ru... Ne, Russe war Fla... Ne, war das nicht auch Russe? Ich weiß es nicht, das hört sich an, so halb Engländer, halb Russe Also für mich Ehm, Sokol war da... ist der einzige Russe im Payday Ne, Vlad noch Nein Kriegst du den? Endlich Gut Mit Granatenwerfen wird das nie passiert Ja, jetzt kommen wir mit deinem Granatenwerfen Große Japaner Ich mach's schon hier Also im Endeffekt, es gibt wirklich nur einen Russen, das ist der Sokol Es gibt... Wann, wir haben's jetzt da? Der ist eigentlich gerade richtig easy Beide... Okay Ja Gude, Ira... Iraker, Engländer... Ähm... HÜH! Oh, Alter, das Geräusch! HÜH! Nice! Ich hab grad mega schockt Pfff Passt Achja, hier war der, ne? Ey, jetzt kommen die Cloaker, scheiße Ah... Ey, Quatsch, die Cloaker und die Dozer Er kriegt wieder Stiefel-Action Nein, nicht Stiefel-Action Weil das ist richtig ein Stiefelkreis, was die Cloaker da veranstaltet Ne, jetzt kommen die Dozer Der ist jetzt so ein Gang, wo gleich mehrere Dozer auf einmal kommen Das kotzt mich halt an Ja, egal, Giro kümmert sich Äh... Und jetzt müssen wir aufpassen Da vorne ist ein Bulldozer Zwei... Drei... Ja, ich weiß Ja, das meinte ich ja Ach, machen wir leicht, ey Komm mal Wieso brauchen wir keine? Drei andere Mitspieler Ist echt zu alt... Vor allem drei andere Mitspieler Da sind wir dann zu fünft, oder was? GG Alter, die Taser hat sich ja mal richtig weggefickt Alter, wie viele hier sind Oh mein Gott Grüß dich, geh mal weg Fuck, der steht da im Out Boah, nein Mami Alter Irgendwie habe ich es auch geschafft Ich weiß nicht wie, aber Gut, der hat den Cloaker geholt Für den können wir nichts mehr machen Komm mal weg, komm Bitte, bitte, bitte Mach dein Boot weg Ich fahr Rein Komm Komm, 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 komm Boah, Alter Alter Jetzt bloß dich da verrecken, ey Alter, wenn wir da verrecken, dann heule ich aber Ohne Scheiß Und weil ich mir meine Leben angucke Lass mich zurück Hätte ich so oder so gemacht Gut, der nächste in Kastisina Ja, egal Der Typ im Knast, der war von unseren Heldentaten Welche wir dort verbrachten Ach du Scheiße Mach was, Junge Ich sterb sonst Ich sterbe Und gestorben Oh Ein wascher Herst Ah, 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 ah Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Das ist jetzt nicht Tschüss Bitte, bitte Jan, er hat selbst gesagt du musst ihn zurücklassen Bitte Er hat selbst gesagt du musst ihn zurücklassen Danke. Boah, Alter, ey. Alter. Alter. Scheiße, wir haben es nicht bekommen. Ah, fuck. Warum? Das frage ich mich auch, aber Leute, ihr habt es gesehen, wir haben es nochmal mit Pistolen geschafft. Vor uns zählt es. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dann, haut rein. Haut rein, ihr geilen Schlittchen. Warte mal, jetzt muss ich erstmal noch meinen letzten XP. Jetzt bin ich endlich auch Level 100. Kann ich das eigentlich als Doppelvideo verpacken? Ja, kannst du. Kann es sein, dass es deswegen zählt, wegen den Bots? Nur so als Frage. Oder brauchen wir noch zwei andere Mitspieler? Weiß ich nicht. Dass es mit den Bots mitspielt oder nicht. Ich hätte vielleicht die Bots deaktivieren sollen. Na gut. Hast du das bekommen oder nicht? Nein, haben wir nicht. Leider. Nee. Ja, genau. Nicht kriegst du so einen Scheiß, Alter. Fick dich, Spiel. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao.